Ja, ich konnte den Saft ernten, um den die Antilope gebetet hat. Aber ich konnte die Antilope nicht retten. Ich weiß nicht, warum es was gebracht hätte, wenn ich nur allein mit Zahua da hochgegangen wäre. Das Gesicht dieses Mannes ist vom Wetter gegerbt. Seine Augen sind tief in seinen Schädel eingesunken. Sein Körper ist kaum mehr, seine Kette aus Knorren. Er spricht mit großer Mühe, seine Stimme ist trocken und staubig. Du hilfst mir? Wasser, vom Wasserfall, bitte. Wasser, vom Wasserfall, bitte. Warum vom Wasserfall? Warum nicht vom Teich? Ich kann dich zum Wasserfall tragen, dann kannst du dich direkt von der Quelle trinken. Ich habe bessere Dinge zu tun, ich werde sehen, was ich tun kann. Warum vom Wasserfall? Beim Anschluss traue ich den Kopf. Es scheint identisch zu sein, aber es wird nur meinen Durst nur noch schlimmer. Es wird nur das Wasser aus dem Wasserfall. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich kann dich zum Wasserfall tragen, dann kannst du direkt von der Quelle trinken. Ich habe es versucht, aber das Wasser erlöhnt mich. Ich öffne meine Mache und es fällt nur an beiden Seiten. Ich habe es versucht, aber ich kann das Wasser nicht trinken. Ich öffne meinen Mund, aber es tropft nur an beiden Seiten dran vorbei. Ich hatte meine Hände darunter und sie sind hier trocken wieder weg. Nur das erste Mal konnte ich es schmecken. Noch niemals habe ich etwas derart Reines geschmeckt. Seitdem kann ich einfach nicht von hier fortgehen. Ich will nichts weiter, als es noch ein einziges Mal schmecken zu können. Das würde mir reichen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Er nickt dankbar und zeigt dir auf einen Wasserschlauch, der neben ihm liegt. Das braucht ihr, um das Wasser zu sammeln. Ich werde auf ewig dankbar sein. Gut, dann wieder rüber zum Wasserfall. Ich bin ja mal gespannt, was hier so alles rumkreucht und fleucht, wenn dieses Gebiet nicht total auf den Kopf gedreht ist. Ja, etwas Wasser in den Wasserschlauch sammeln. Nächste Schlauch in das Wasser und drehst ihn um. Er füllt sich. Fast sofort beginnt das Wasser, um deine Hand herum zu sprühen und zu zischen. Du spürst einen quälen, brennenden Schmerz, als das Wasser beginnt die Haut an deinen Fingern wegzupressen. Widerstehe der Illusion. Ignoriere den Schmerz. Fokussiere deine Sinne und erkunde den Rand der Illusion. Trotz der Schmerzen blickst du erneut auf dem Wasserfall. Es ist kein beißender Rauch zu sehen. Du riechst auch kein verbranntes Fleisch. Die Illusion ist unvollständig. Bewaffnet mit deinem Bewusstsein. Konzentrierst du dich darauf, den Wasserschlauch in die Wassersonne zu halten. Die Illusion läßt langsam nach, als wüsste sie, dass sie verloren hat. Die Schmerzen lassen nach und verschwinden dann ganz. Auch der grauenhafte Anblick deiner verstümmelten Hand verblasst. Sie sieht wieder gesund und unversehrt aus. Der Wasserstoch wurde gefüllt und du kannst fortfahren. Als du den Korken wieder einsetzen willst, steht etwas von unten gegen deine Hand. Nachdem es durch den Wasserfall nach oben getragen wurde. Es fettet das Becken. Du greifst ihn ab und ziehst eine Handvoll Edelsteine hervor. Rein und blau wie der Wasserfall selbst. Wunderbar! Ich habe so lange gewartet. Seine Finger zittern vor Aufregung, als er die Hand in den Korken gelegt und ihn langsam herauszieht. Der Korken löst sich plötzlich und fliegt aus seinen Händen. Von einem starken Dampfstrahl herausgedrückt. Oh nein, 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 nein. Er dreht den Wasserschlag um und hält ihn sich über die Lippen. Aber kein einziger Tropfen wird daraus. Er schüttelt sich, dreht ihn, drückt alles vergeblich. Das Wasser ist fort. Bei seiner Vorgeschichte bin ich überrascht, dass er diese Möglichkeit nicht vorhergesehen hat. Er sieht sich nach dem Wasser, nicht nach dem Wasser, sondern nach der Erfahrung, es zum ersten Mal zu kosten. Er kann nur enttäuscht werden. Sein Leid ist wirklich hübsch anzusehen, aber es fühlt sich leer an. Welchen Wert hat er, welchen Wert hat es, wenn er sich weigert, daraus zu lernen? Sieht er denn nicht, dass er sich nach etwas sehnt, das er nie zurückgewinnen kann? Hallo, Pupik. Du kommst mit einer Frage zu mir, nicht wahr? Hallo, Schüler. Du kommst mit einer Frage zu mir, nicht wahr? Er wusste trocken wie Wüstensatz. Sahua stahl ihm mit leicht zitterndem Mund an. Ja, Ishi Pelo, ich habe in vielen Landen über viele Jahre im Weckle der Weisheit gesucht. Bist du hier, um sie mir zu gewähren? Ja, Pupik. Ich bin hier für dich. Ja, Schüler, ich bin da in den Fingern gekommen. Sahua, Nikodaten mit tief rein. Wir, unser Volk, wir sind Gefangene der Quetschmattel. Ich muss die Geheimnisse des Anitle kennen. Natürlich. Die Antwort hat mit dir das ganze Zeit mitgebracht. Du bist blind, nicht zu. Natürlich. Natürlich, du hast die Antwort all die Zeit in dir getragen, Schüler. Du bist blind, dass du nicht... Ich schieb Pelo und berichte in einem Hustenfall aus, also heftig. Hustenfliegen, Staubpartikeln. Schwaden aus seinem Mund. Meister, bitte, ich kann dich nicht hören. Sahua hält ihn an den Schultern, doch Ishi Pelo's Husten wird nur noch schlimmer. Staub quillt aus seinen Lippen hervor. Antwort mir! Antworte mir! Sahua zum Klammert Ishi Pelo's gebrechlichen Körper fester. Er schüttelt Ishi Pelo, aber der Hustenfall geht weiter. Er schüttelt ihn erneut und in Sahua zerfällt Ishi Pelo zu Staub, der augenblicklich vom Winde verweht wird. Zahua blickt auf den Staub auf seinen Händen. Er hält sie zusammen, die Handfläche nach oben, wie er in seiner Schale geformt. Als würde er eine wichtige Weisheit seines Meisters beschützen wollen. Trotz seiner Bemühungen trägt der Wind die Überreste fort und er bleibt mit leeren Händen zurück. Er runzt die Stirn. Selbst nach seinem Tod hatte ich immer das Gefühl, dass Ishi Pelo einen Weg finden würde, mich in sein Geheimnis zu leeren. Wenn die Zeit gekommen ist. Und doch sind wir ihm auf der Spur und sein Wissen ist für mich immer noch ein eben solches Geheimnis. Es ist das, was ich erkennen soll, dass seine Lehre für mich immer außer Reichweite bleiben. Vielleicht ist die Zeit zum Loslassen gekommen. Wir sind hier noch nicht fertig. Es muss noch etwas geben, was sich zu lernen lohnt. Die Tarkan bestehen nicht nur aus Ishi Pelo's Lehren. Es ist bedeutungslos. Die Tarkan existieren nicht mehr. Nehmen wir die zwei. Ja, das ist nur ein Teil des Ganzen. Es muss noch mehr zu entfüllen geben. Saru schüttelt den Kopf durch den Verbett. Ich bin in einer Fessel gefangen. Ich zerbreche mir den Kopf über Dinge, die sich nicht ändern lassen. Diese Visionen beschämen mich mit ihren Wahrheiten. Ishi Pelo hat mich nie davon gewarnt, aber ich hätte es früher erkennen müssen. Ich bin zu einem Sklaven vom Wissen geworden, dass ich niederlernen werde. Ich habe all mein Versagen geleugnet. Und doch fühle ich mich nicht anders, als ich etwas übersehe. Oh, das sieht schick aus. Vielleicht ist das die Antwort. Sehen wir, was aufgeteckt wurde. Ein Mann, der unter großem Durst leidet, hat uns gebeten, ihm Wasser aus einem Wasserfall in der Nähe zu bringen. Er sagt, dass kein anderes Wasser sein Durst löschen könnte. Der Wasserfall schien mein Fleisch zu kochen, als ich versucht habe, den Wasserschlauch zu füllen. Das ist wie sich aber als Illusion. Ich habe das Wasser, das der Mann gebeten hat. Der Teich in der Mitte, der Weißsteinsenker hat sein Wasser verloren und eine kleine Insel in der Mitte offenbart. Wir sollten sehen, was Zahua dort erwartet. Du musst sofort mit mir kommen. Zahua, du sollst nicht hier sein. Wenn sie dich entdecken, richten sie dich hin und sie werden kein zweites Mal scheitern. Mein Leben ist mir gleichgültig, Nahualtia. Ich bin gekommen, um die Tarkat zu befreien. Wir werden uns vereinen und uns erheben. Und wen willst du vereinen? Unsere Männer sind tot oder gebrochen. Seine Arbeit waren zu kruel. Unsere Frauen sind jetzt Mütter von Quetschmattelkindern. Die Tarkat leben nur noch in deinem Verstand. Zahua steht schweigend da und starrt auf die Stelle, an der die Erscheinungen zuletzt zu sehen waren. Wer war diese Frau? Sie war eine Nalpazka-Kriegerin, die älteste Tochter der Schamanen. Sie war die Gemeinde des Tarkat-Häuptlings. Zumindest sollte sie es werden, wenn die Tarkat nicht gefallen wären. Ist das wirklich passiert? Vor einigen Jahren kam Zahua der Gedanke, dass er Ishipilos Geheimnis vielleicht nie erfahren würde. Aber er hatte geschwollt, zu seinem Volk zurückzukehren. Also tat er das. Er schweigte nach Quetschmattel. Und während ihre Krieger abrufen waren, sprach er mit den überlebenden Tarkaten, die er dort vorfand. Was soll denn das heiß? Ein Streit, den Zahua einmal mit jemandem hatte. Sein Kiefer ist zusammengefressen. Es hat sich nichts daraus ergeben. Das hast du mir nie erzählt. Zahua scheint dir ja nicht in die Augen sehen zu können. Zahua hat noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Sein Gesicht ist angespannt, seine Haut nicht glatt wie sonst. Er sieht alt aus. Er hat mit seiner Rückkehr zu lange gewartet. Wenn es hier einen Zeitpunkt für die Befragung seines Volkes gegeben hätte, wäre er längst verstrichen, während er nach dem Geheimnis des Anitlei jagte. Es muss doch etwas gegeben haben, was du hättest tun können. Das habe ich mir all diese vielen Jahre lang gedacht. Aber ich erkenne jetzt, dass ich in einer Fessel gefangen war. Der Edelstein, die Antilope, der Wasserfall. Bei ihrer Relektion ging es nicht um X-Cyperos Geheimnis. Es ging um meinen Schwur zu den Tarkans zurückzukehren. Er schweigt wieder. Seine Augen suchen den Boden ab und scheinen dann an etwas haften zu bleiben. Blinks nach unten ist es aber nur ein kleiner Wurm, der sich in der Nähe von Zahua's Füßen in die Erde gräbt. Er stehert eine Weile in diese Richtung. Dann blickt er langsam zu dir auf. Die Zeit meines Volkes ist vorüber. Ich kann nichts mehr für sie tun. Die Worte scheinen ihn zu überraschen. Die Tarkans haben ihre Zeit gelebt und haben ihre Spuren in der Welt hinterlassen. Sie brauchen nichts weiter von dir. Was du von nun an tust, liegt allein deiner Seele. Du bist der letzte Tarkan. Was du von nun an tust, musst du in ihrem andenken. Die Kultur der Tarkan und ihrer Pascal-Krieger besteht in dir weiter. Du kannst sie noch immer in die Zukunft tragen. Nehmen wir mal die vier. Ihre Zeit auf Eora war zu kurz. Es gibt vieles, was der Rest der Welt von ihnen hätte lernen können. Vieles, was ich vielleicht noch teilen werde. Zahua blickt sich um und lächelt leblos. Der Traum verblasst um uns herum. Ich glaube, es ist seit der Zeit, zurückzukehren. Die leuchtenden Farben und die Hohen scheinen trübe zu werden. Gegenstände bewegen sich und verwandeln sich wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Zahua sieht aus wie immer. Dieselbe zerrissene Haut, dieselbe flüssige Körperhaltung. Nur der Blick in seinen Augen hat sich verändert. Es ist der Blick eines feinen Mannes. Quest abgeschlossen. Geheimnis der Tarkan. Zahua hat Anitlei erhalten. Zahua ist bereit. Was ist Anitlei? Passiv. Selbst Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Gut, ich würde aber sagen, bevor wir hier das Gebiet nochmal richtig erkunden bei Tageslicht. Inklusive der Höhle und dem Gefrorenen Wasserfall und alles speichern wir jetzt erstmal. Mal wieder richtig. Das ist 48. Speichern. Und da gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich. das steht fast und möchte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.